Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißbuck im Nürnberger Land zum Nusshüter 147. Im 30. Jubiläumsjahr der Möbelmacher wollen wir Sie zu dem 20. Untergrumbacher Werktag anladen. Am Freitag, den 8. Juni, ist die Vernissage mit bisher noch nie gezeigten Werken von Anna M. Scholz. Am Samstag und Sonntag ist Tag der offenen Tür und Sie können unser Gelände und die Ausstellung genießen und das Arbeiten an einem tollen Gesellenstück miterleben. Am Samstagabend zeigt Lothar Mayer in einem Multimedia-Vortrag die Besonderheiten des fränkischen Weins, natürlich mit Verkostung und wie an allen drei Tagen kulinarischen Köstlichkeiten vom Hutzelhof. Am Sonntag um 16 Uhr ist das Jubiläumskonzert mit dem Collegium Musicum, diesmal mit Überraschungsgästen. Wir freuen uns über Ihren spontanen Besuch. Mit einer Anmeldung per Mail oder Telefon würden Sie uns die Vorbereitung aber sehr erleichtern. Auf Wunsch einiger Kunden haben wir für Sie eine neue Holzart eingeschnitten, weil Sie mit unserer heimischen Esche ganz wunderbare, helle und robuste Möbel für Küchengraderoben oder Essplätze bauen können. Wir möchten Sie um das Anschauen und Bewerten unserer neuen Küchenhomepage bitten, wofür wir zum Dank für Ihre Verbesserungsvorschläge Massivhocker, Schneid- oder Brotzeitbrettchen verlosen. In Paris haben wir wieder Inspirationen zum Einrichten für Sie entdeckt und wir verraten einen Trick, wie Sie die lange Schlange am Eingang zum Haus im Galten von Claude Monet vermeiden können. Genießen Sie bei uns die Natur, fühlen Sie das massive Holz aus der Hezburger Alp und planen Sie mit uns ganz frei Ihre ganz persönliche Einheit. Wir wünschen einen schönen Sommer und bis bald!